So ein herzliches Willkommen zurück bei Let's Play This is Standalone Version mit dem Malle Bronco und dem Famous Servus Willkommen 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 Zurück Äh ok Alles ok In der neuesten Gegend In der neuesten Ortschaft Geht es weiter Ohne Namen Na sie hatten Namen nur halt nicht auf der Karte Ohne Namen Ich Komm wir gucken mal Epphanundra 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 Wir sind im Was ist das für ein Haus? Das ist so ein gelbes Haus Mit blauen Fensterlehrungen Klebeband 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 Ein Easy Stall Und geht auch Oh hab ich ein Zombie gehört? Ja ich auch Getränke Oh hier lagts grad Uah Uah Böse jetzt Getränke Potato Getränke Munition wär mir lieber oder was zum Trinke? Ich hab drei Getränkedose gefunden In dem Haus Die trinken doch irgendwie nix oder? Ja Getränkedose sind Getränkedose Ja klar aber die trinken Ja probier's doch Ich hab ne Mütze gefunden Die hilft dir Hier ist ne Feuerwehrstation Echt? Hab ich vorhin auch gesagt Ach du warst weg Ja stimmt Ja Feuerwehrstation gibt's hier oben Und glaub im Supermarkt auch Ich geh mal zur Feuerwehrstation Aber beim Brunnen gibt's ja keinen gell? Ne Brunnen hab ich keinen gesehen Oh Mann Feuerwehrstation Feuerwehrstation Hey hier gibt's ne Feuerwehrstation Ne ne Feuerwehrstation Guck mal an Hey hier gibt's ne Feuerwehrstation Aber hier lagts auch ein bisschen Kann das sein Bisschen aber nicht so heftig Aber nicht so stark wie in Leggy City Aber hier gibt's extrem viele geile Häuser Kann das sein? Extrematico So ich hab zumindest meinen Rucksack gefunden War nur ein kleiner aber immerhin Naja besser als der Schulrucksack Das definitiv So mein Durst ist jetzt schon orange Bist du jetzt oben oder? Ja Ach nee du bist ja erst da Ich hab gedacht du bist schon oben Ne ne ich bin außenrum geschwind Ich hab's nur von der Ferne gesehen gehabt deswegen Ich hab gedacht der hat schon hier alles weggelootet Deswegen Nimm jetzt willst du nicht mal die Dosen von Easy nehmen? Bevor das es mir gibt? Ich bin ja schon hinter ihm Nein lass mich in Ruhe Okay Ich brauche wirklich zu trinken Bro Hier 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 Reichen drei Ja Danke Danke mal Hoffnung springt was Hier ist ne Tür offen Macht 6 Euro 6 Mark 50 6 Mark 50 Genau Trink Ich hoffe ja eigentlich voll Öffentlich rum Egal Wenn du vorne Feuerwehrstation raus guckst Die Häuser Da sind die Türen offen Boah Bist du ein Spieler? Nein Ja jetzt bin ich Ach die sind auf hier Hier die Die Türen die wir auf Ja aber ihr könnt ruhig auf mich warten Ich sehe dich schön weg laufen Ja aber die Feuerwehrstation gab es ja auch nichts Also müsste ja einer hier in der Nähe gewesen sein Und hat ja ein bisschen gelootet und so Und Ja hier ist auch offen Ja der ist hinten raus nämlich Oder vorne raus Also kann sein dass hier noch einer ist Hier ist auch rauf Hier rechts Hier links im Supermarkt Also vielleicht ist er noch ganz in der Nähe Gebt Obacht Leute Hier ist Luftgewehr Diese Dosen bringen gar nichts Hier ist ein Apfel Ich habe was gegessen Auch nichts Ein Apple Ja jetzt bin ich nur noch normal gelb Dürste Also helfen die Dosen noch ein bisschen Ne Green Yellow Pepper Ja weil ich was gegessen habe Ich habe ne Ding gegessen Ne Dose gegessen Ne Green Yellow Pepper Ne Green Yellow Pepper Auf gut Deutsch ne Paprika Pepperoni Pepper ist doch Pfeffer Hehehehe Spraydose Da sind überall die Türen auf Ja Drei 57er Millimeter Munition Magnum Was ist das für ne Farbe? Green Spray Ich glaube ich mach meine Waffe mal grün Hab ich hinten Ne und schwarz Kannst du die M4 jetzt auch grün machen oder wie? Ja klar Ne ich lass die schwarz weil grün ist auffällig Obwohl Aber nicht dass sie wieder backt die Neun Millimeter Rounds Ich ess meine Kartoffel Ne rohe Kartoffel das muss schmecken Wo seid ihr jetzt eigentlich beim Supermarkt oder? In dem Supermarkt ja Hier hinten gibt es schwarze Farbe Ja und grüne wo ich grad bin Mama ist grün an Also ich hab meine jetzt grün gemacht Ich hab meine schwarz Hä wo ist meine Waffe? Meine Waffe ist weg Neun Was geht da? Oder irgendwo wieder ein Zombie Ja meine Waffe auch grün Ja meine Waffe auch grün Oh Gorosch ist schwarz oder? Das ist jetzt auch grün Wenn ihr hintergehst links Genau Ich seh meine Waffe nicht mal das ist voll schwul So Spraydose kann ich mir wegschmeißen Wohl You have painted the music black Munition kann ich doch auch Ne kann ich nicht anmalen Ja was ist Munition anmalen? Wer lädt hier nach? Ich meine SKS So tschüss grüne Farbe Munition gefunden Weiter komm Weiter 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 Ja für die SKS Sack Was für ein Sack? Dreck Sack Hallo? Oder Hodensack oder wie du willst Aber auch keine Zombies hier also Ne hier ist gar nichts Aber ich hab die ganze Zeit eine im Ohr irgendwie Da hinten sind noch so Bunker Da ist auch alles auf Ja normalerweise sind die zu Ja Die Garagen die sind immer relativ Na war hier wahrscheinlich einer schon auf jeden Ich bin schon zum Flugplatz gerannt Stimmt Noch mehr Spraydosen Ich hab die ganze Zeit einen Zombie im Ohr häle Dann würd ich ihn rausnehmen Tut doch weh Das hatten wir schonmal Ja seh Hier ab Ich will Munition und trinken Heul doch Mach ich doch Ich spiel ein auf Kioskbesitzer Hey hallo 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 Was brauchst du? Was brauchst du? Was brauchst du? Danke Danke Habe ich ja nicht alles ausverkauft Oh man Hehehe Hehehe Weiß Kiosk Kommen sie später noch einmal Für ne Für ne für ne Zombie Achso Kalypse vorsorgen Hinten alles barrikadiert Dass kein Zombie reinkommt oder? Wir gehen mit Wir gehen mit Hier ist auch schon alles offen Wenn wir zum Flugplatz wieder wollen Müssen wir nach Süden Nach Süden Ehm Ein Hopp Zeig der wen Da ich keinen Kompass hab Ich denk mal hier durch den Wald oder? Ne Wartet mal kurz Kompass kann ich Abhilfe schaffen Da wo wir hinlaufen Hier lang Wartet Schau ich mal nach Süden Sagtest du Oh ich hinlaufe Ne du läufst nach Westen easy Das aber ein Haus Mehrstöckiges Süden wäre jetzt Genauso wie ich jetzt guck Quer durch den Wald im Endeffekt Guckst du im Fall Guck jetzt so blöd Ja nein vielleicht Ja Ok Go go Ohne Waffe Go go Gadget Batman Batman Kabau Kabau Der gab es doch immer In In den ganz Alten In den ersten Serien mit Adam West Aber da um seinem Fels Das ist der Weg Wo man vom Ding wegläuft Aber Süden ist jetzt genau die Richtung Bei dem Tobi Tobi main Süden Ist das hier Süden Tobi Tobi main Süden Batman Und da wir berghochlaufen sind wir in der Nähe vom Bösen versteckt. Piraten! Piraten! Nein! Guck dir mal, guck dir mal Famous und mich an. Der Joker! Piraten! Äh, Mann! Ich hab Husten. Ooooooh, dann trinkt was. Ja, mein Gott, schleich halt. Äh, wo gibst du jetzt ab? Okay. Mal kurz, angenehm kurzlaufen. Ja, durchaus mal, ja. Ich brauch schon mal Wasser trinken. Im Himmel. Ja, ich auch. Weil der ist auch nicht mal grün. Rotbehindert. Ähm. Ähm? Vor uns sind die Hangars auf der linken Seite. Ja, in dem Fall, wenn wir der, der Straße folgen. Nach links. Nach nem Knick müssten Brunnen kommen. Wenn ich meiner Karte trauen darf. Also, oder was heißt Straße hier? Das Feld, das Weg hier. Ey, wo seid ihr hin? Feldweg! Quer durch den Wald. Den Berg komplett hoch und dann den Berg runter. Und dann sind wir auf nem Feldweg. Okay. Da links oder rechts? Feldweg links. Ich seh' dich, Easy, hinter mir, äh, Famous. Ja, hab' euch schon gesehen. Aber jetzt müssten rechter Hand die Hangars auftauchen. Irgendwo waren sie zumindest grad in der Ferne. Da sollt'n Brunnen sein. Da sollt'n Brunnen sein. Da sollt'n Brunnen sein. Da vorne, bei dem Haus wahrscheinlich. Genau. Da sollt'n Brunnen sein. Weißt, wir können uns alle... Trinken! 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 Da ist das Brunnen! Da vorne links sind die Hangars, oder? Sehe ich das richtig? Jupp! Oh, da sind die Hangars! Nein! Echt? Da vorne sind die Hangars, links? Laufelassel! 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 Trinken, bitte. So, passt. Trinken! 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 erst mal fill bottle. Ja, das machen wir auch noch. Fill the bottle. Fill the bottle. Selbst in dem Haus ist nix. Fill the bottle. Ja, noch durchsteck. Jetzt nicht gehen. Energize hydrated stuff. So, ich fühle wirklich voll. Jetzt bin ich auf jeden Fall mit Wasser voll. Ich bin absolut voll. Ja, ich fühle wirklich voll, hat er gemeint. Ich bin komplett voll. So, wenn wir hier dem Weg jetzt folgen, kommen wir am Ende von der Start-Landebahn raus. Was macht der Easy-Stall da? Direkt über den Weg, übers Feld. Sneaky, 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 sneaky. Hinter den Bäumen, ei, ei, ei. Love for us, love. Oh, wir müssen aufpassen, Widdick ist aufm Server. Der ist zu hell für ihn. Der sieht nix. Okay, stimmt. Oh, Zombie. Rechts. High five. Lauf dir mal zu. Dass ihr an mir vorbei seid. Nö. Schießen, ich weiß nicht, ob das denn eine gute Idee ist. Äh, Bronco, hör auf. Auf in die Richtung zu schauen. Der läuft an mir vorbei. Okay. Jetzt ist er wieder bei dir. Also ist er wieder zurückgegangen. Jetzt kommt er. Bei Heugabeln. Komm, wir stechen ihn mit den Heugabeln. Hau rein. Okay. Da bin ich. Gar nicht angekündigt. Er schießen, ähm, er abachst und dauert hier sechs Stunden, Hade. So. Und jetzt sind wir auf ein offenes Feld, he? Mhm. Aber es bewegt sich. Nichts. Bleibt ihr mal hier, ich renne. Das schnauft nicht so. Wir haben auch nix dafür. Also wenn der rennt, dann können wir auch langsam. Ja. Dann rennen wir mal hinterher, he? Kürzlich einfach weg, dann kann ich schneller rennen. Äh, Tür ist drin offen. Super. Ja, Türen sind offen hier. Hier war niemand. Hier hat sich einer neu aus, äh, ausstaffiert vom Spawnern, weil hier liegt eine schwarze Jeans mit Taschenlampe. Was geht ab? Was geht ab? Was für Munition brauchst du für die Mosin? Um 100er, glaub ich. 712er. Ja, aber derjenige, der hier ist, hat auf jeden Fall eine M4, weil hier liegt ein Magazin, was ausgenommen ist. Hier liegt eine Wasserflasche leer. Hier liegt eine Wasserflasche leer. Ja, die habe ich gerade noch mehr. Ähm, da wollte ich es sagen. Welche Munition ist für die M4? Die M4? Die M4 hat... Die M4 hat... 500er, glaub ich. Äh... 5,56. Ja, dann habe ich hier, äh, 16 Schuss gefunden. Ja, da will. Dachte, die wäre für die Mosin. Hier oben liegt sie. Mosin hat 7, noch irgendwas. Ja. Kommt gleich einer reingerannt und rennt hoch und macht... BAM 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 BAM. Da, da fühle ich mich wohl, wenn ich sterbe. Echt? Ihr seid vorne am Hangar oder wo seid ihr? Bin hinterm Hangar. Bin hinterm Hangar entlang. Der ist beim zweiten Hangar. Ja. Da ist ein Rucksack. Da kann ich meinen Rucksack tauschen. Zwei sogar. Ein grüner. Und ein orangener Rucksack. Orangen ist aber kleiner. Nee, das ist ein großer. Ah, ist ein kleiner. Okay. Aber der grüne ist auch kaputt. Aber ihr habt ja noch keinen. Äh, ich glaube da lagts grad. Der Easy läuft bei mir die ganze Zeit rückwärts aufs freie Feld raus. Und ich kann nix anziehen. Ja, du rennst bei mir auf die Hangar-Wand hinten zu. Ist gut. Läuft. Voll laggy. Yeah. Ja eben, ihr Spieler seid alle verschwunden. Alle weg. Ich sitz vorne am Hangar. Ich bin im Tower. Ich bin auch im Hangar. Ja, bei mir läuft Easy gegen die Wand. Das ist gut. Er ist ja bei mir verschwunden. Ah, nein. Da seh ich. Malle. Jetzt hab ich rote Kette. Ja, du läufst. Jetzt sind wir alle da, wo sie sind. Nee, du läufst bei mir noch. Ah, jetzt. Jetzt passt's. Jetzt hab ich auch ne rote Kette. Da oben am Hangar läuft was. Im Tower. Das bist du, gell? Im Tower bin ich, ja. Okay. Ich dachte schon grad. Sag das doch. Ja, hat er ja gesagt gehabt. Muss ich ihn jetzt in Schutz nehmen. Hat er sagt. Brauchen wir einen Budstock für die M4? Nö, ich hab einen Kompressor drauf. Komm. Suspensor oder wie das da heißt da. Suppressor genau jetzt. Suppressor. Ein Shield-Dämpfer. Ein Shield-Dämpfer. Ein Shield-Dämpfer. Hier ist zu. Das ist mir unheimlich. Die Tür ist zu. Das ist mir unheimlich. Gar nicht gut. Wollen wir reingehen? Das ist unheimlich. Wenn alles auf ist und nicht so grad zu ist. Die Gefängnis ist auch zu. Die Gefängnistür ist auch zu. Nicht, dass da oben jetzt einer drin hockt und wartet. Ja, mal gucken. Dreh die Tür auch zu. Okay. Also hier liegt auf jeden Fall mal. Flashlight und ne Batterie. Da oben ist keiner. Die Tür ist zu. Die ist auf. Wo bist du Bronco? Hier ist keiner drin. Okay, machst du die Tür zu? Oben ist keiner oder wie? Oben ist auf. Oben ist auf. Warte auf. Boah, jetzt hab ich grad, da liegt einer. Boah. Ich hab grad den Schock gekriegt, weil hier so viel Zeug liegt. Ja, hier ist voll viel kaputtes Zeug. Hier war einer. Alles ruiniert. Und hat sich hier wahrscheinlich dann ausgenommen. Hier ist einer gestorben. Wie es aussieht. Oh. Der Arme. Der Arme. Hier liegt so viel Zeug. Ja, der Arme. Beige Minute. Hm. Da in der, in der Box sind einige Sachen Munition drin. Hm. Harte mit. Der es wirkt, der hatte viele Sachen. Boah. Mosin-Munition. SKS-Munition. Nehmen wir auf jeden Fall mal so ein, zwei Kisten. Oh. Ah, die, die, die schon hier ist schade. Kann ich mitnehmen. Da war auf jeden Fall. Ne, ne abgesägte Schrotflinte. Cool. Geht ab. Also der ist auf jeden Fall hier erschossen worden. Irgendwie hier. Jetzt kommt gleich von hinten einer. Werden wir auch erschossen heißt. Einmal so. Bäm. Der hat auch Muffin gehabt. Ähm. Wer hat es denn gemacht? Wo ist die SKS? Ich. Du bist mit dem grün. Ich bin der, der die, der die SKS in der Hand hat. Boah, der hat übel viel gehabt, gell. Da ist Muffin und Epinephrin und. Komm mal hier g'schwind einen Schritt mit vor. Kompass. So, jetzt sehe ich hier nichts mehr. Ja. Sag mir mal, wieviel Schuss das bei dir sind. Was zum Henker. Ja, siehst du das? Du siehst das auch. 4.611, oder? Geht ab. Ja. Läuft bei ihm. Garant hätte ein Anzeigefehler, oder? Ne, wahrscheinlich hat es so viel gesammelt. Ich hab eben, äh, mal 10 weggemacht zum Kombinieren. Es sind nur 10 weniger gegangen. Definitiv. Ja, dann viel Spaß damit. Krass, was der alles hatte und dann erschiebt was. Ja, vor allen Dingen, wie hat er das geschafft auf einen Stapel zu kriegen? Das stimmt auch. Das ist auch Special Encraved Edition auf die Pistole, was er da hatte. Ja, die 1911, aber leider ist sie, äh, ruiniert. Komplett ruiniert, ja. Die hätte ich sonst gern genommen. Die Magnum ist noch ganz, die er da unten hat. Ja, aber halt ohne Munition. Ah, die Box würde ich mitnehmen. Weil meiner ist der matcht. Die 45er ACP-Warens ist doch Munition dafür, oder nicht? Für was? Für die Magnum, oder? Nein, die braucht 3,57er. Was geht jetzt ab? Munition? Da war doch voll viel Munition, oder? Kann man die Box mal auf den Boden legen. Warum, warum ist die jetzt weg? Ich habe sie auf den Boden gelegt. Ich habe mir mal die Munition für die Mosin genommen. Ich wollte die Box. Ja, nehmt sie euch. Ich kriege eh noch nicht so viel Munition zusammen. Dann nehme ich die Box. Nimm sie. Nimm sie, aber nimm sie. Ich schmeiß nur meine Kaputabox weg. Nicht wundern. Erst die Hilfe-Kette kann man vielleicht auch noch brauchen. Da drin. Der hatte viel Zeug. Ja, jetzt sind wir auch wieder gut ausgerichtet. Haha. What the fuck? Was? Das kann doch nur ein Anzeigefehler sein. Ok, so. Gut, kann sein, muss aber nicht sein, ne? Ja. So, jetzt gehen wir mal, ne? Na mal kurz. So. Ähm, gut. Okay. Dann ist's… Du bist mir mal eingefallen, bestätige mir mal bitte die Zahl, die du hier siehst, von dem Zeug, wenn ich das hier in den Raum reinlege. Bestätige mir mal bitte die Zahl. Ich habe es auch schon gesehen, ja. Bisschen viel, ja, muss man sagen. 33.949 plus, keine Ahnung was, oder? Das hat sicher ein Hacker. Nicht gehackt. Garantiert. Mir egal, der ist erschossen worden und wir haben es jetzt. Also ich kann jetzt auf jeden Fall Rambo spielen. Willst ein bisschen was abhaben von der Munition. Von der Munition? Ja, gib halt her. Diese Munition von uns. Ja, gib her. Gib mal die Hälfte oder so. Lol. Der hat jetzt zwei M4er in die Hand und dann tut 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 tut. Das wird schön. Da ist auch noch Reis. Liegt da noch was? Ja, da liegt noch was. Müssten jetzt zweimal gewesen sein, oder? Ja. Komm, hier hast du noch ein... Wo ist das jetzt? Hier hast du noch ein drittes. Komm, ich will nicht so sein. Hier, komm. Munition geht nicht aus, glaube ich. Was geht durch gerade? Wir geben uns gerade von den 33.924 Schuss M4 Munition. Okay, weiter. Ich habe da so einen ganzen Steck davon. Hat da eben jemand zufällig eine leere Wasserflasche gefunden, weil irgendwie habe ich, glaube ich, meine weggeschmissen. Ja, habe ich. Okay. Warte, hier. Habe ich ihn geschmissen. Ah ja, da ist er. Also Munition haben wir jetzt auf jeden Fall genug, oder? Du hast es aufgenommen. Ja. So, also ich habe 4.600 Schuss für die SKS, 24 Schuss für die Magnum und knapp 20 Schuss für die abgesägte Schrotflinte. Also der hat auf jeden Fall genug. Komischerweise nichts für die Mosi, nein, nur vier Schuss. 41.743 und Part zerquetschte. Den Rest der Zahlen kann ich im Moment noch nicht entziffern von den Schuss, die ich jetzt habe. Mal davon abgesehen, dass den Rest, den ich ja noch selber hatte. Also der Besuch hier hat sich retiert. Ja, definitiv. So, aber für mich ist das dann bald Schicht im Schacht. Also, gehen wir noch runter, hauen wir hier noch ab. Wieder hoch in den Norden, oder wo wir mal hin? Jetzt habe ich gerade gedacht, weil es hier so ein großer grüner Rucksack ist. Jetzt habe ich gerade schon ein Schiff. Wieder bei den Hütten, wo wir angefangen haben? Ja, geh mal da hin. Da ist ein Zombie noch auf dem Flugfeld. Ich rase jetzt aber. Ja, ihr habt ja jetzt genug Schutz. Das kann jetzt nicht ausgehen, nein? Ich habe nur zwei Magazine voll. Ja, eben, nur zwei Magazine. Hm. Hey Zombie, was geht? Was geht ab? Wird er geschossen? Ich. Zombie. Okay. Voll am Zone hängen geblieben. Voll. Also der Besuch auf dem leeren Flugplatz hat sich jetzt auf jeden Fall gelohnt. Aber auch alle mal zumindest, ja gut, doch auch boxenmäßig und so, ne? Ja. Das ist halt ein Hacker-Quizze. Aber da möchte ich wissen, wo derjenige ist, der ihn erschossen hat, weil, ähm, da müsste das Zeug weg sein, weißt du? Eben. Das war ja frisch, weil nach zehn Minuten ist noch mehr das Zeug weg, oder? Ja, eigentlich schon, ne? Oh, oh. Oh, oh. Es war keine, es war keine Waffe für die ganze Munition vorhanden, oder er hat sich den ganzen Scheiß halt nur irgendwie zusammengeheckt. Ey. Kommt hinein, wir spielen jetzt eine Runde Karten. Mach die Tür zu. Zu. So, dann würde ich mal sagen, das war's mit dem Part. Und ja, bewertet ihn. Schreibt scheißhacker und so. Und wir sehen uns im nächsten Part, wenn's weitergeht. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.